Ausatmen. Und dann langsam setzt die Fingerspitzen ab, kommt in eine tiefe Hocke, eine tiefe Malasana, kommt zum Sitzen und kommt in eine gekreuzte Sitzposition. Wir bleiben in dieser wunderbaren Bewegung, wo wir unseren Herzraum öffnen und sanft alles massieren, was zu sehr in der Negativität ist. Zu sehr fokussiert ist auf das, was nicht gut läuft in unserem Leben und für das lassen wir das Herz nach vorne schmelzen, lassen den Kopf los und kommen langsam wieder zurück. Ausatmen. Einatmen, heben. Den Kiefer entspannen, wirklich loslassen, gerne für diese Praxis die Augen schließen und dann genau andersrum Kinn Richtung Brustbein. Geht tief, weit nach vorne und öffnet. In der taoistischen Praxis wird das Crane Neck genannt. Tief gehen und wirklich die Wirbelsäule massieren, sodass die Wirbelsäule freier werden kann. Und dann kommt langsam wieder zurück. Wir gehen jetzt von Seite zu Seite, weit nach links, öffnen, wieder zurück über die Mitte. Und dann komm wieder zurück. Coincense. Reform wurde ich, πολk媽 zu sehen.